Jo, meine lieben Leute, heute kommen tatsächlich auch mal wieder sechs Videos auf meinem Kanal online. Ist sehr selten, wie gesagt, dass bei mir sechs Videos an einem Tag kommen, aber heute müssen es mal sechs Videos sein, da ich nämlich ein Thema mit euch ansprechen wollte, das mir persönlich ein bisschen Angst macht. Jetzt nichts Perverses oder so, es steht nichts Schlimmes voraus oder so, wo jetzt zum Beispiel sich die Familie trennt oder so, sondern tatsächlich geht es bei mir gerade um das Thema Glaube, also Religion. Also jetzt auch nicht, dass ich hier im Religionsunterricht was falsch gemacht habe oder so, sondern es ist tatsächlich bei mir so, dass ich manchmal, ich weiß nicht, ob man das Aberglaube nennen kann oder nicht, tatsächlich ist es bei mir so, dass wenn ich zum Beispiel mal Sachen höre oder beziehungsweise Musik höre, die ich vorher noch nie gehört habe und mir das gefällt, da habe ich immer das Gefühl, dass sich dann meine Laufbahn oder meine Freunde und Freundinnen sich irgendwie blitzschnell vom einen auf den anderen Tag so krass verändern, dass, was weiß ich, ich finde das voll komisch, dieses Gefühl. Ich habe davor seit Tagen schon Angst und es ist tatsächlich bei mir nicht besser geworden. Das hat sich so bei mir entwickelt, als ich mit meiner Freundin das erste Mal zusammen war, habe ich mir halt gedacht, ja, ich probiere mal diese Musik aus, mal gucken, wie die ist und also ich erzähle jetzt die Geschichte von ganz Anfang an. Wir haben uns ja damals in, wir haben uns ja damals kennengelernt, meine Freundin und ich und wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, sind wir jetzt schon ziemlich lange zusammen und damals, als wir uns kennengelernt haben, das war tatsächlich sehr so, ich habe halt damals sehr gerne Alice Cooper gehört, mache ich heutzutage auch noch, Alice Cooper, Rammstein und all die Bands und so, die höre ich halt immer noch am liebsten und musste dann halt eben feststellen, jedes Mal, wenn ich einen neuen Song von denen gefunden habe, das heißt also von, also neue Songs meine ich jetzt nicht gerade frisch produzierte Songs, sondern Songs halt, die ich noch nie zuvor gehört habe von denen, sei es halt oder uralte Songs oder tatsächlich Songs, die frisch erst produziert wurden und noch nicht rauskamen, sei es diese Songs oder what auch ever, jedenfalls halt Dinge, die ich noch nie zuvor gehört habe, habe ich echt einfach immer das Gefühl oder das, ich glaube halt einfach dran, dass da was dran sein könnte, weil es ist mir tatsächlich noch gar nicht selten passiert, dass wenn ich Songs gehört habe, die ich gehört habe, als ich zum Beispiel mit meinem Kumpel mich gestritten habe und wir uns einfach nicht mehr zusammengefunden haben aus irgendeinem Grund ever, Gott sei Dank sind wir jetzt wieder Freunde, das ist auch wieder eine andere Geschichte, Ich war mal mit einem Kumpel bei mir in der Klasse, wir haben uns eine Zeit lang sehr, 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 sehr hart gestritten und sind halt indesprechend auch mit unserer Freundschaft auseinandergegangen und da muss ich jetzt aber sagen, dass wir glücklicherweise wieder zur Freundschaft gefunden haben, also dass wir jetzt wieder in Anführungsstrichen zusammen sind, also nicht falsch denken jetzt hier, aber ihr wisst wahrscheinlich alle, wovon ich hier rede und zwar habe ich halt mit dem geredet und habe mich halt immer noch mit dem gestritten und er wollte zunächst erstmal keine Vereinbarung irgendwie haben oder keine, wie nennt man das auf gut Deutsch, also er wollte es zunächst erstmal nicht klären, er wollte nicht mal mit mir reden und da habe ich mir halt die Frage gestellt, so ja, was ist los, aus welchem Grund halt, ne, da habe ich halt damals diese eine Musik gehört, da habe ich kurz aufgehört mit dieser Musik, weil mit diesem Lied, das hat mir dann auf irgendeinem Grund nicht mehr gefallen, dann waren wir plötzlich wieder Freunde und jetzt habe ich halt immer noch die Angst, dass wenn ich dieses Lied höre, dass dann wieder alles von vorn losgeht. Tatsächlich glaube ich auch daran, also ich glaube tatsächlich daran, dass da was dran sein könnte, dass es tatsächlich anders, dass es bei manchen Leuten, so wie es auf jeden Fall oft auf YouTube kursiert, habe ich mal gehört, dass Leute bestimmte Musik gehört haben, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe auf jeden Fall, es war auch nicht zwingend auf YouTube, auf jeden Fall haben mir viele gesagt so, ja, ich habe gestern so eine Musik gehört, bla 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 und dann plötzlich mag mich auf einmal keiner mehr, also dass sich halt plötzlich alles verändert, nur wenn man diese Musik hört und tatsächlich glaube ich auch daran, ich glaube tatsächlich, dass wenn man Musik hört, die man zuvor gehört hat und etwas sehr krass Blödes passiert ist, dass das dann tatsächlich wieder so passiert und davor habe ich seitdem ich mit meiner Freundin Lilly zusammen bin, habe ich krasse Angst davor, dass sowas wieder passiert, deswegen versuche ich so gut wie wenig diese Lieder von damals mir anzuhören, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sowas wieder von vorne losgeht und dann muss ich denselben schlimmen Kreislauf wieder von vorne durchmachen und da habe ich auch keinen Bock drauf und ich denke, keiner von uns hat Bock drauf, jedes Mal irgendwas Blödes hier mitzumachen, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob man das zu Aberglaube zählen kann, aber dieses, dass ich daran glaube, dass das, nennt man das, hat das überhaupt was mit Religion zu tun? Ich weiß es nicht, aber ich glaube halt daran oder habe halt davor Angst, dass sowas wieder passiert und tatsächlich glaube ich auch an manche Unglücke, also zum Beispiel, wenn, äh, wenn jetzt jemand, äh, zu dem ich sehr, sehr, sehr böse war, ich glaube zum Beispiel halt auch, ähm, tatsächlich muss ich auch manchmal sagen, dass ich oft lüge, also, ähm, jetzt nicht sagen, äh, zum Beispiel jetzt, äh, der hat, äh, ich habe jetzt jemanden, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt hier jemanden umgebracht und, äh, habe, äh, und sag dann halt, äh, nein, ich war es nicht, blablabla, das war der da und so und letztendlich stimmt es doch nicht, so jetzt nicht, aber halt, habe ich halt oft irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht stimmen. Ähm, zum Beispiel, äh, habe ich halt oft, äh, gesagt, so, wenn, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Kumpel draußen war, äh, ja, ich bin gerade mit meinem Kumpel beim Zocken und ihr könnt mich gerne abholen und im Endeffekt war ich dann gar nicht dort, das heißt, ich habe hier was Falsches erzählt, es sind jetzt auch keine schlimmen Lügen oder so, das sind einfach nur so ein paar Schwindlereien und so und deswegen habe ich dann tatsächlich das Gefühl, dass meine Verwandten, die gestorben sind, das halt mitbekommen und sich dann halt im Himmel dann für den Kopf machen, June, was ist denn das für ein Typ, zu was für einem Typen hat der sich eigentlich entwickelt? Daran glaube ich tatsächlich und ich kann das sogar teilweise spüren, ich glaube, das hat das mit Religion zu tun, dass ich das teilweise sogar spüren kann, weil, wenn meine Verwandten etwas mitkriegen von mir, wenn ich was erzähle, was so gar nicht stimmt, deswegen habe ich tatsächlich diesen Glaube und glaube halt tatsächlich daran, dass sowas passieren könnte und dass sich halt, dass dann halt tatsächlich die Leute das mitkriegen und sich dann den Kopf drüber machen, so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los, also, was ist denn mit dem Kerl, was ist aus dem geworden? So ein, so etwas glaube ich tatsächlich und ich glaube, das scheint tatsächlich weit verbreitet zu sein, dass die Leute das mitbekommen und so, vor allem Gott halt auch und deswegen habe ich halt davor irgendwie halt einfach Angst. Aber meine größte Angst dadurch, also meine größte Angst halt, die ich momentan verspüre, ist, wenn ich Musik höre, die ich zu einer bestimmten Zeit gehört habe, als irgendwas besonders schlimm war, habe ich halt immer die Angst, dass dann, wenn ich die Musik dann noch ein zweites Mal anhöre oder noch einmal anhöre, dass dann halt irgendwas Schreckliches passiert, sei es Verlust mit Freunden, also, dass ich keine Freundin mehr habe, sei es Streit mit einem Freund, sei es Schlägerei oder irgendwas Schlimmes halt, was schon mal passiert ist, wo ich mir dann die ganze Zeit tatsächlich dann wirklich Sorgen mache, wenn ich das dann halt wieder mache, dass dann halt irgendwas krass schief läuft. Zum Glück ist bis jetzt nichts schief gelaufen, aber oft habe ich halt die Erfahrung machen müssen, dass wenn ich, das ist genauso wie Zocken, ich habe auch mal zu schlimmen Zeiten irgendwelche Spiele gezockt, wo ich halt, wie gesagt, gezockt habe und danach ist wieder was Schlimmes von vorne losgegangen, womit ich eigentlich schon längst abgeschlossen habe. Das ist mir schon oft genug passiert und ich habe damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und tatsächlich denke ich, dass dann da was dran sein könnte, dass wenn ich hier, dass ich mich vielleicht in diesem Zeitpunkt, vielleicht habe ich mich auch damals scheiße benommen oder sowas, könnte mir überhaupt folgen, also, was ich jetzt denke, so, what, was labere ich da eigentlich für eine Scheiße? Ihr müsst es euch so vorstellen, ich habe mich halt mit einem Kumpel gestritten und habe zu dieser Zeit bestimmte Videospiele gespielt, bestimmte Musik angehört, die ich heutzutage gar nicht mehr höre, also, die Heavy Metal Musik höre ich heute noch, ich spiele auch heute noch wahnsinnig gerne Fortnite, aber dieses, ähm, diese Season, die ich halt damals gespielt habe, die spiele ich bis heute, die habe ich bis heute noch ein zweites Mal gespielt, aus gutem Grund, weil ich einfach Angst davor habe, dass dann tatsächlich wieder was Selbes passiert wie damals. Tatsächlich glaube ich an sowas, nennt man das tatsächlich Aberglaube, aber das ist so ein Thema, was mir halt tatsächlich Unglück, also, bezüglich wirklich richtige Angst verbreitet. Und tatsächlich ist es auch oft der Fall so, dass was schief läuft, was ich vorher gar nicht wollte. Und, um ehrlich zu sein, kann man das ja auch nicht einfach so stoppen, diese Angst, das ist halt eine Angst, die jeder vielleicht mal hatte. In diesem Sinne soll das jetzt eigentlich auch schon mit diesem Real Talk Thema gewesen sein. Das Thema lautet eigentlich nur Angst, also, der Titel heißt halt Angst, und, ähm, oder nee, der Titel heißt halt, ich habe Angst. Tut mir leid, also, den Titel habt ihr natürlich schon gelesen, aber halt jetzt, wo ich das Video aufnehme, muss ich gerade überlegen, wie ich das Video nenne. Ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Und deswegen, ja, wie gesagt, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet mir folgen, so ein bisschen. Und wir sehen uns auch hoffentlich morgen wieder. Bis dahin aber, tschüss.